Untertitelung des ZDF, 2020 Die Polizei tauchte bei uns auf, wegen der Videos, die Charlie auf YouTube gestellt hat. Und das hat fälschlicherweise bei einigen Leuten, die wieder aus zweiter oder dritter Hand davon gehört hatten, den falschen Eindruck hinterlassen, dass Charlie ein Problem darstellen könnte. Ich bin stolz darauf, dass er seine Meinung geändert hat. Erstens beweist es, dass er Verstand hat und zweitens mal zeigt es, dass er sich entwickelt, reifer wird. Die Love Police meldet sich aus den McDonalds am Leicester Square. Ich brauche sie nicht. Ich möchte nicht regiert werden. Ich bin ein freier Mensch. Ich habe ihn einen großen Huch.